Ja, willkommen zurück, hier bei Darksiders. Beim letzten Mal sind wir woanders stehen geblieben. Das liegt daran, dass wir... Wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, hier sind wir. Okay, gut. Doch nicht so weit. Davon entfernt, okay. Ja, das liegt ganz... Ja, ich hör dich schon. Ja. Du solltest mal an deinem Mundgeruch arbeiten, mein Booster. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich längs? Da unten kam ich noch nicht weiter, so wie ich weiß. Und da ist Wasser. Sprich, ich kann da tauchen und da sehe ich schon ein paar Fische. Ich möchte da rüber, kommen da aber noch nicht hin. Okay. Also muss ich hier? Ja, hin anscheinend. Ich hoffe mal, ich bin richtig. Hallo, jemand da? Hallo? Jemand zu Hause? Ähm, okay. Achso, hier kamen ja erst die Gegner. Da war ja was. Stimmt ja. So. Oder auch nicht. So, was haben wir denn hier? Ähm, ja, was war das jetzt? Ein Teil der Abgrundberücksetzung. Irgendwie spinnt das Spiel gerade ein bisschen rum. Muss ich sagen. Ah ja, eine Lebensruhe. Und ich höre euch doch. Ihr seid, du bist bestimmt da oben drin. So, ich trau dem Frieden hier nicht so wirklich über den Weg. So, jetzt sag mir nicht, dass wenn ich da runterkreufe, sag mal, ich höre hier doch irgendwie ein Schnarchen. Das kann es doch auch irgendwie nicht sein. So. Dann runter. Ja, war klar. Ich dachte eigentlich, da würde ein bisschen mehr passieren. Na, egal. So, wo bin ich jetzt? Okay, eine Tür, die verschlossen ist, weil da ein Schlüssel fehlt. Ich höre euch doch. Dahinter ist doch was. Ja, dahinter ist irgendetwas. Ohne mich. Faktisch, ihr da seid. Sag mal. Okay, da geht's nicht weiter. Jetzt muss ich hier unten durch. Ich hasse Wasserabschnitte. Hm. Wieder geht's da links und... Wo geht's hier hin? Ah ja, noch tiefer in die Baracken rein. Okay, sehr schön. Ähm. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das war. Hallo, jemand hier? Ich glaube zwar nicht. Okay, ein Bruchstück des Zorn... Von einem Zornkern. Sehr schön. Jetzt habe ich vier. So. War das jetzt eine richtige Entscheidung? Ich denke mal. Ja, das war ein Rätsel, was ich gerade gelöst habe. Was ich eigentlich noch nicht lösen wollte. Beziehungsweise sollte. Ähm. Bin ich hier jetzt richtig? Nee. Sag mal. Von wo kommt ihr denn her? Sag mal. Von unten, oder wie? Ja. Wenn die Kamera hier auch mal mitspielen würde, wäre ich auch froh. Äh, Kamera. Spiel sie auch mal bitte mit. Ich wäre dir sehr zu dankig verbunden. Aua. Du olle Kackbratze. So. Was haben wir hier? Schnitter. Diese Erweiterung erhöht die Anzahl der Seelen, die von erschlagenen Feinden eingesammelt werden. Okay. Okay, einfach nur eine Erweiterung. Mehr nicht. Ähm, ja. Ich glaube, ich bin wieder falsch, ne? Jo. Sag mal. Sag mal. Hallo? So. Der Schlüssel, des Betrachters. Sehr schön. Das Ding brauchen wir doch. Und irgendetwas ist hier nicht ganz koscher. Ich höre euch wieder. Jo, war klar. Sag mal. Wo bist du? Aua. So, ich trau dem Freni nicht. Deswegen mach ich mal ein bisschen schneller. Und hier ist doch irgendwo der... So. Wie war das jetzt? Ja, ne? Ne? Genau. So wollte ich das machen. So, la, la. Aktion. Aktion. Ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen her, wo ich das Spiel gedammelt hab. Daher sieht's mir ein bisschen nach. Und hier scheint's... ...ne neue Fähigkeit zu geben. Für... ...für Krieg. Ja. Und hier ist irgendetwas im Busch. Das seh ich. Kommt man nämlich nicht wieder so schnell zurück. Na, komm schon. Und hier. Es geht doch. Und was für ein Gegenstand haben wir diesmal? Irgendein Handschuh. Okay. Ein Handschuh. Das schaut mir sehr stark nach einem Dreifahrten aus. Tremorbringer. Tremor-Handschuh. Ein kampfgeschundener Handschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird. Zum Aufladen des Handschuhs Y gedrückt halten, okay? Ja, und du? Ah, ja. Ach du Scheiße, was für Viecher seid ihr denn? Was bist du denn für einer? Äh, ne, 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 ne. Ohne mich. Aua. Au. Eh, du Kackbratze. Jetzt komm mal her. Hallo? Noch mehr von diesen Kackbratzen. Da, ganz toll. Hallo? Es geht doch. So. Au. Alter. Haben wir's mal langsam? Es geht doch. Sehr schön. So. So. Hier ist der Kackbratze. Aua. Aua. Da war doch noch was. Ich hab's doch gewusst. So, dann komm mal her, mein Gipser. So, war's das jetzt oder kommt da noch was? Ja, da kommt... Da kommt noch einiges. Ach du Scheiße. So, schnell die Truhe her. Truhe her. Und mich. Nein, danke, 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 nein Sehr schön. Was muss ich denn hier jetzt machen? Kann mir das mal wer erklären? So mal. So mal. So mal. Langsam wird es hier albern. Jetzt soll ich mal die Gutschen. Ah. Was ist das denn jetzt? Jo. Sehr schön. So mit dem Tremorhandschuh können wir dieses komische Engelseis wegpoppen. Irgendwie. So da oben geht es nicht weiter. Was haben wir denn hier oben? Servus. Der Schlüssel des Betrachters. Okay. Warum denn nicht gleich so? So. Kurz das Nachschauen. Habe ich hier irgendetwas untersehen? Nee. Anschreit nicht. Das war Sack mit die Karte. Da geht es noch nicht weiter. Okay. 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 Das freut mich jetzt. Da habe ich jetzt wenigstens einen Weg gefunden, dieses scheißen Dreckssigil. Hier ist irgendetwas im Busch. Das habe ich im Urin. Irgendetwas ist hier. Okay. Ein größerer Raum. Waren wir hier nicht schon? Jo. Das ist doch der eine Raum. Das hier ist doch der eine Raum, wo wir vorher waren. Oder nicht? Oder bin ich jetzt ganz blind? So. Hier ist schon mal eine Lebensruhe. Sehr schön. So. Hier ist eine Zorn-Truhe. Gut. So. Und was für eine Truhe haben wir hier? Gar keine. Okay. So. Was passiert, wenn wir das hier jetzt bequedigen? Ah ja. Das trefft halt hoch. Ja, schön. Freut mich. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was hier jetzt los ist. So. Okay. Die Platine fährt auch hoch. Wenn man das als Hochfahren bezeichnen kann. Kriege ich den Sprung gebacken? Natürlich. So. Warte. Nee, 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 nee. Scheiße. So, du fährst runter. Gut. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich... Artefakt vom Soldaten. Sehr schön. Das Artefakt wollte ich eigentlich noch einsammeln, ehe ich da hochsprinte. Wenn ich da hochsprinten könnte. Nee, natürlich nicht. Wie soll's denn auch anders sein? So, was sagt die Zeit? Jetzt wird ein paar Menü-Jabe noch. Schnelles Verschieben. Drücken Sie... Drücken und halten Sie Y lang, während Sie ein Objekt verschieben. Oder das mit einem... Trämerhieb schneller zu bewegen. Okay. Ach, so ist das. Okay. Ähm, Objekt verschieben. Jo. Ich hab keine Ahnung, wo ich damit hin soll. Naja, das finden wir im nächsten Part raus, Leute. An der Stelle beende ich den Part, Freunde. Das war's dem Video mit Dark Side West. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Schausen.